Hallo! Wir machen das Immobiliengeschäft ein bisschen anders wie viele andere Makler. Wir werden nicht hunderte von Immobilien ansammeln, sondern wir wollen eigentlich immer nur eine Handvoll, um die wir uns dann wirklich intensiv kümmern und die Vermarktung an sich machen wir auch viel online-lastiger. Wir machen also auf Wunsch gerne 360-Grad-Fotos und Videos, sehr umfangreiche Bildpräsentationen im Internet und bewerben das Ganze auch regional auf Social Media in den richtigen Zielgruppen, sodass man sehr schnell und gezielt den richtigen Käufer für Sie finden kann. Die Leute suchen heute in der Regel am Smartphone nach Immobilien und das unterstützen wir total. Und wenn Sie Interesse haben, würden wir uns freuen, wenn Sie sich bei uns melden und gerne mal bei einem unverbindlichen persönlichen Gespräch bei Ihnen unsere Strategie vorstellen. Vielen Dank! Vielen Dank!